Ich bin Said Ali und ich komme aus Afghanistan. Ich bin 17 Jahre alt. Ich wohne seit zweieinhalb Jahren in Bregenz. Meine Familie ist jetzt im Iran. Dreimal oder zweimal in der Woche rufe ich an und spreche mit meiner Familie und mit meinen Brüdern und Schwestern und meiner Mutter. Ich kann hier arbeiten, in Kreise. Ich mag schon arbeiten einfach. Mit den Menschen habe ich jetzt Kontakt und das ist wirklich für mich Wichtiges. Also mit dem Said schaffen wir ganz gerne zusammen. Der ist wirklich eine Bereicherung für unser Team. Er hat sich toll integriert bei uns. Er ist sehr lernfähig, aber man lernt auch von ihm viel. Aktuell macht er noch alles rund um unseren Mittagstisch. Also das heißt das Thai Curry. Er bereitet die Sandwich zu, er macht die Frühstücke, bereitet alles vor. Wenn die Bestellungen kommen, arbeitet er das alles ab. Und mittlerweile möchte er die Kaffeekunst erlernen. Das heißt er möchte ein bisschen Latteart machen und ein bisschen zeichnen und da müssen wir noch üben, aber wir sind auf einem guten Weg. Ja. Ich habe den Said vor zwei Jahren kennengelernt. Meine Frau hat mir erzählt, dass das Haus Said Mentoren braucht. Wir machen seitdem eigentlich jede Woche einen Spaziergang. Er kommt zu uns zum Essen. Alles Mögliche. Wir gehen zum Funken Sonntag, solche Sachen. Und alles zusammen ist keine Arbeit, sondern Vergnügen. In meiner Freizeit mache ich Badminton spielen und Hip-Hop tanzen und Fußball spielen oder Tischtennis spielen. Das mache ich gerne. Das Schönste für mich hier ist, ich kann ruhig leben und nicht zum Beispiel immer kämpfen. Das ist für mich wichtig. Wenn ich hier wohne, ist es immer ruhig. Ich kann dafür hier eine Ausbildung machen und einen guten Job machen. Mein Lieblingsessen ist Spaghetti und mein Lieblings Kaffee oder Trinken ist Affogato. Falls er jemals gehen würde, würden Sie ja vermissen.